wisst ihr was das für eine arbeit ist mit rändern mit hochladen also ganz im ernst leute ihr unterschätzt das immer ein bisschen mehr akzeptanz von anderen menschen anderen menschen gegenüber wenn es verkehrt wieso mir so was sollten wir der ganzen welt geben und es fängt bei jedem von uns an und jeder kann das geben nur kaum jemand macht jetzt habt ihr richtig scheiße am arsch wegen brand und so weiter ihr glaubt doch nicht dass ihr damit davon kommt dieses mal habt ihr echt zu viel scheiße gebaut jetzt aber fliegt die raus das schwör ich euch jetzt erwischen wir euch jetzt aber das war es also das kann jetzt sein